Hallo, das ist mein Name Ahmet. Bist du das Müllbüro? Ja. Ja, ich bin eine Frage. Haben ihr eine Mülltonne haben? Sind Sie Eigentümer? Von Mülltonnen? Nein, von der Wohnung. Wo wohnen Sie? Bei Niederau. Ja, in Niederau. Ist es so, dass der Eigentümer der Wohnung oder des Hauses, der muss die Mülltonnen bei uns bestellen? Ja, ich habe schon eine, ich brauche keine mehr. Ich will den gar nicht haben. Aber Sie wollen die gar nicht? Nein, ich mag keine Biomüllmülle machen, alles. Ach so, es geht um die Biomülltonne? Ja, ich brauche die nicht. Ja, also dann muss der Eigentümer entweder herkommen und sagen, die soll abgeholt werden. Ja. Dann kostet das 20 Euro. Aber ich will den doch gar nicht mehr, 20 Euro. Ja, das kostet einfach 20 Euro. Oder, das ist viel günstiger. Ja. Sie nehmen diese braune Tonne. Und schmeißen in den Müll. Nein, und stellen sie in die Ecke. Und nutzen sie nicht. Also tun nichts rein. Ja, ich, dieses Haus, wo ich wohne, keinen Platz haben, Bestellen machen. Weißt du, ich mache gar kein Biomüll. Ja. Das ist alles aufessen immer. Verwertung machen komplett. Die ganze Familie, die Kinder machen den ganzen Essen. Ja. Und wenn Müll haben, auch nicht schmeißen. Essen. Ja, und wenn sie mal so Kartoffelschalen oder... Essen. Ja, aber was... Man kann ja nicht alles beim Obst und Gemüse essen. Geht, geht. Essen, alles essen. Machen. Nichts schmeißen. Nichts schmeißen, das ist nicht gut. Schmeißen. Arme Menschen nichts haben, Essen auch. Ja, ja. Das braucht man den Mülltonnen von Biomüll. Den Wohnspaßbomüll. Kann man schmeißen. Mein Müll auch. Wo ist das denn? Die Niederau. Die Straße. Sag mal bitte die Straße, wo Sie wohnen. Der ist Niederau. Ja. Und der Haus bei der Straße kommt von oben. Bei dem Haus, wo die Straße oben. Ja, wie heißt denn die Straße? Jede Straße hat doch einen Namen. Die Straße. Straße. Name Straße kommt von oben. Ich brauche aber die Tonne nicht. Was machen wir mit Tonne jetzt? Ja, ich versuche gerade rauszufinden, wer denn, wem die Wohnung gehört. Das ist meine, meine Wohnung. Meine, die Wohnung. Ja, haben Sie die gekauft? Die Tonne. Nein, die Wohnung. Das Haus, oder? Nein, Haus, nichts. Meine, die Wohnung. Wer, wer ist denn der Vermieter? Keine. Keine Miete. Telefonspaß. Nein, wer, wer, äh, wer hat Ihnen das Haus gegeben? Selber bauen. Straße bauen. Ja. Biomüll, den bringt Tonne. Und jetzt, nichts wissen, was ist los mit den Tonnen auch? Wo steht das Haus denn? Auf Boden. Ja, aber wie, ähm, in welcher Straße? Oh, ich muss sagen, das ist ein kleines Spaß machen. Du bist bei dem Radio drin. Das ist ein kleines Telefonspaß machen. Ah, so ein Mist auch. Oh, 이 свобод Use it, das ist ein element. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das ist ein extre submeter. Wasemplostvidemment ist das Licht. Und du bist bin ich da Cocke. Und du bist ausugu creo. Ausatmen es dir. Und du bist bist da.